Hi, schön, dass ihr reinschaut bei TREAKPC. Wir werfen heute einen Blick auf das neue Einstiegsgehäuse aus dem Hause BeQuiet, das ist das Purbase 500, heute bei uns in der weißen Variante. Wer es lieber dunkel möchte, das gibt es auch noch in schwarz oder in metallic grey. Unverbindliche Preisempfehlung zum Marktstart dann zwischen 70 und ca. 86 Euro, je nachdem welche Farbe und mit oder ohne Fenster. Genaue Preise haben wir in die Videobeschreibung gepackt, die ändern sich sowieso mit der Zeit immer mal wieder. Ja, wir konnten uns das Gehäuse bereits in Taipei ansehen, hat uns damals schon sehr gut gefallen, gab es auch schon so einen kleinen Ersteindruck von uns. Und heute gibt es, wie ihr es von uns kennt, das Grundum-Sorglos-Paket, was das Gehäuse-Testvideo zum Purbase 500 anbelangt. BeQuiet hat sich ja langsam zu einem Premium-Hersteller auch im Gehäusemarkt etabliert und jetzt ist eben mit dem Purbase 500 ein günstiger oder preiswerter Einstieg eben in die BeQuiet-Gehäuseserie auf dem Markt. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. BeQuiet Purbase, so sieht es aus, wirkt ca. 7 kg in unserer Variante hier. Wir haben die Variante mitten im schicken Hartglas-Seitenteil. Wenn ihr sagt, das brauche ich nicht, ich will kein Bling-Bling und auch sonst nichts sehen, dann könnt ihr euch natürlich auch entsprechend das Purbase 500 mit zwei gedämmten Seitenteilen kaufen. Ist entsprechend natürlich dann ein bisschen billiger, wenn ihr kein Sichtfenster haben möchtet. Dann ansonsten ist das Gehäuse aus Stahl und Kunststoff gefertigt. Ich würde sagen, wir fangen wieder bei der Front an. Die Front ist auf den ersten Blick erst einmal komplett geschlossen. Wir haben hier keine Slots mehr für 5,25 Zoll-Laufwerke. Wir haben an den Seiten hier Lufteinlässe, die, wie wir nachher sehen werden, auch im Inneren mit Staubfiltern verkleidet sind. Unten haben wir einen BeQuiet-Schriftzug. Und was ich noch besonders cool an der Front finde, das sind hier diese abgeschliffenen Ecken. Das haben wir uns bereits ja auch auf der Computex angesehen. Design-Technik sehr schick, das Ganze allerdings aus Kunststoff gefertigt, fällt allerdings auf den ersten Blick gar nicht weiter auf. Dann kann man die Front wie immer einfach nach vorne abziehen. Zack, mit ein bisschen Gewalt geht alles. Schauen wir uns das mal von innen an. Die Front ist von innen erst einmal gedämmt. Natürlich BeQuiet-typisch, möchte man fast so sagen. Dann haben wir hier die Staubfilter an den beiden Seiten. Die könnt ihr ganz einfach nehmen, indem ihr die rauszappt. Und auch im unteren Bereich, wo wir noch einen weiteren Lufteinlass haben, befindet sich ein Staubfilter. Einfach diese beiden Schrauben lösen und dann könnt ihr auch den für die Reinigung rausmachen. Wo wir die Front gerade schon abgenommen haben, hier haben wir dann einen Blick ins Innere. Hier ist ein Purings 240mm Lüfter vorinstalliert, 3-Pin-Anschluss und das Ganze dann mit bis zu 900 Umdrehungen. Wahlweise könnt ihr in die Front dann auch natürlich noch einen zweiten 140mm Lüfter reinpacken oder auch sogar 320mm Lüfter. Entsprechende Radiatormaße gelten natürlich dann hier auch für die Front. Sprich, es passt hier auch ein 360mm Radiator dann rein. Weiterhin sehr positiv zu erwähnen, das IO-Shield, wie wir hier oben sehen, ist nicht mit der eigentlichen Frontblende verbaut. Das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr da irgendwelche Kabel rausreißt, wenn ihr die Front zum Reinigen oder zur Lüftermontage doch mal abnehmt. Im unteren Bereich hat man dann schon mal einen kleinen Blick nach innen. Da sieht man schon mal eine Netzteilabdeckung und hier vorne einen Festplattenkäfig. Schauen wir uns aber nachher dann genauer an. Dreht man das Gehäuse zur Seite, dann hat man einen Blick ins Innere. Vorausgesetzt, ihr habt natürlich die Variante mit einem Hat-Glas-Seitenteil. Wenn ihr kein Hat-Glas-Seitenteil dabei habt, dann seht ihr dementsprechend nichts. Hat-Glas-Seitenteil ist fixiert mit vier Rändelschrauben. Hat einen weißen Rahmen außenrum und das Glas ist wirklich glasklar. Somit hat man einen sehr coolen Blick nach innen. Also sollte man sich auch da natürlich Gedanken machen, Kabelverlegung, was baue ich ein und möchte ich denn Beleuchtung haben? Dann drehen wir das Gehäuse mal weiter auf. Die Rückseite, was sehen wir hier? Standardmäßiges ATX-Design. Wir haben im oberen Bereich wieder einen Purrings 240mm Lüfter vorinstalliert. Ebenfalls 900 Umdrehungen und das Ganze per 3-Pin angeschlossen. Mainboard-Ausgänge, dann 7 PCI-Ausgänge für eure Gaming-GPU, eure Soundkarte oder was ihr sonst einbauen möchtet. Das Ganze ebenfalls hier mit Rändelschrauben und natürlich auch weißen Bländen dann das Ganze verkleidet. Man hat hier noch zwei Rändelschrauben, da kann man quasi die Karte nochmal von oben feststellen. Das sieht auch ziemlich schick aus und geht auch kinderleicht. Und im unteren Bereich hat man dann eine Netzteilblende. Man hat sich bei BeQuite dafür entschieden, dass man quasi das Netzteil komplett an die Blende dran schraubt. Dann das Netzteil mitsamt der Blende reinsetzt und dann mit den vier Rändelschrauben festschraubt. Und zudem ist das Netzteil auch mit dieser Blende hier nach hinten hin entkoppelt. Dann drehen wir das Gehäuse mal weiter. Auf der anderen Seite haben wir dann ein weißes Stahlseitenteil, das ist fixiert mit zwei Rändelschrauben. In der Innenseite ist das Ganze gedämmt. Wenn ihr euch jetzt also die Variante dann ohne Sichtfenster kauft, wie angesprochen, habt ihr zwei Seitenteile, die von innen gedämmt sind. Und hinten die Rändelschrauben sind auch so fixiert, dass die nicht rausfallen, wenn die lose sind. Auch das ist ziemlich cool gelöst. Machen wir unseren Außenhaut-Test weiter mit der Oberseite. Da gibt es eine Besonderheit, die man so bei Einstiegsgehäusen relativ selten finden dürfte, beziehungsweise mir ist jetzt gerade gar keins bekannt, wo es das mitgeliefert wurde. BeQuiet liefert mit dem Purbase 500 zwei Deckelteile mit. Einmal das hier, das ist standardmäßig drauf montiert. Ihr seht schon, das ist relativ geschlossen. Man hat hier oben ein paar Luftauslässe und entsprechend hier vorne ist es auch gedämmt. Und wenn man das Ganze dann mal abzieht, zack, dann hat man einen sehr schönen Blick ins Innere rein. Das Ganze hier ist natürlich auch wieder mit diversen Luftöffnungen versehen. Man hat hier dann die Möglichkeit, 240 mm oder 220 mm Lüfter zu installieren, wahlweise entsprechend auch Radiatoren. Ich zeige euch hier gerade mal das Ganze hier. Das Ganze ist gedämmt. Also das ist hier ein Top-Cover für Leute, die sagen, ich möchte es ein bisschen leiser. Ich brauche vielleicht nicht ganz so viel Airflow und nicht so viel Kühlleistung, aber eben es soll ein bisschen leiser sein. Und für die Leute, die sagen, mir ist das egal, ob es laut, leiser oder sonst was ist, ich brauche Leistung, ich brauche Kühlleistung, dann gibt es dieses Cover hier. Da ist quasi das Mesh-Cover für oben drauf. Das Ganze ist auch magnetisch befestigt, wie auch dieses Cover hier in schwarz gehalten mit dem BQI-Schriftzug. Und da könnt ihr natürlich dann die Kühlleistung etwas erhöhen. Was euch jetzt auch noch interessieren dürfte, wie sieht es jetzt mit dem I.O.-Panel aus? Nun, für ein Einstiegsgehäuse typisch, alles was man braucht, mehr allerdings auch nicht. Wir haben zweimal USB 3.0, einen großen Power-Taster mit einer entsprechenden Power-LED in der Mitte und einmal Audio-In und Audio-Out. Und das wäre es auch schon. Was vielleicht schön gewesen wäre, in Zukunftsperspektive ein USB-Typ-C-Anschluss. Allerdings, das ist wie gesagt hier ein Einstiegsgehäuse, daher I.O.-Panel soweit mal bestückt, dass man gleich loslegen kann, aber auch keine weiteren Besonderheiten. Dann würde ich sagen, noch ein kurzer Blick auf die Unterseite. Da haben wir wieder standardmäßig vier gummierte Füße für. Ihr wisst, es ist einen sicheren Stand. Und wir haben hier einen großen Staubfilter, der dann auch die Netzteilöffnung hier unten abdeckt. Den zieht ihr normalerweise einfach nach vorne raus. Dafür müsst ihr weder die Front demontieren noch sonst irgendwas. Also auch sehr einfach zu reinigen und einfach rauszuziehen. Das wäre es soweit mit der Außenhaut mal zum Purbase 500. Habt ihr jetzt Fragen oder brennt euch etwas ganz extrem unter den Nägeln, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion. Und wir machen jetzt so lange weiter mit dem Innenteil. Das Purbase 500 ist ein Midi-Tower. Wir haben hier die Möglichkeit, ATX, Micro-ATX sowie ETX-Mainboards einzubauen. In unserem Fall ist jetzt hier ein normales ATX-Mainboard eingebaut. Wir fangen jetzt einfach mal wieder unten an. Man hat dann bei Bequiet sich dafür entschieden, hier eben, wie man das heutzutage bei den meisten Gehäusen kennt, eine Netzteilkammer zu installieren, ebenfalls in weiß gehalten, schick, dezent. Hier oben mit Luftöffnungen und hier hinten mit weiteren drei Öffnungen, wo ihr zum Beispiel dann, ihr seht, dass ihr vielleicht auch schon ein bisschen entsprechend eure Kabel verlegen könnt, ohne dass ihr die Großteil durchs ganze Gehäuse kneten müsst. Wir haben im vorderen Teil hier dann eine Aussparung. Darunter befindet sich jetzt gerade der Festplattenkäfig. Den könnt ihr, wenn ihr möchtet, allerdings auch entfernen. Zum Beispiel, wenn ihr hier vorne einen großen 360-mm-Radiator einbauen wollt. Weiteres Highlight beim Purbase im Innenraum. Das ist ganz klar der 2,5-Zoll-Tray hier drüben mit dem Bequiet-Logo in der Mitte. Da habt ihr die Möglichkeit, zwei SSDs schick einzubauen und zu präsentieren. Vielleicht mit RGB-Beleuchtung oder ihr habt ein schickes Logo drauf. Dann ist das genau der richtige Platz dafür. Das Tray könnt ihr nachher, wie ich euch zeigen werde, auf der Rückseite auch ganz einfach rausnehmen und das entsprechend auch montieren. Und ihr seht auch schon sehr schön, dass hier drüben Kabeldurchführungen dann quasi gleich mit darin integriert sind, wo ihr sneaky das Ganze verlegen könnt, dass das entsprechend, wenn ihr ein Sichtfenster habt, dann auch schick aussieht. Wir haben im oberen Bereich hier auch noch weitere Öffnungen. Zum einen für den 12-Volt-CPU-Stromstecker. Und auch hier drüben haben wir noch eine Öffnung für zum Beispiel Lüfterkabel, RGB-Kabel oder was ihr sonst dann noch so alles einbauen werdet. Einbauen ist an dieser Stelle auch ein gutes Stichwort. CPU-Kühler könnt ihr mit einer Höhe von ca. 16 cm einbauen und eure GPU darf ca. 36 cm lang sein. Dann passt das noch problemlos rein. Die GPU-Länge ist natürlich abhängig davon, was ihr vorne noch vielleicht für Ausgleichsbehälter, Radiatoren usw. dran baut. Wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt eine Lüfter in der Front, dann könnt ihr eine GPU mit 36 cm Länge problemlos hier reinbauen. Kommen wir noch zur Rückseite, da hat sich BeQuiet auch wieder einiges gedacht. Und das Ganze ist wirklich zum Teil sehr, sehr geschickt gelöst. Da von mir ein großes Lob an die Sache, wie man das alles einfach aus- und wieder auch zusammenbauen kann. Fangen wir hier drüben an. Das hier ist quasi euer 2,5 Zoll Tray von hinten. Einfach diese Schraube hier oben lösen, dann könnt ihr das ganz einfach aushängen. Und die SSDs, wie ihr seht, werden hier von hinten verschraubt. Und die Kabel, die führt ihr dann einfach hier durch. Sprich, ihr seht nur die SSD, aber nicht vielleicht die störenden Kabel. Dann hier drüben rechts haben wir noch einen Tray für zwei weitere 2,5 Zoll Laufwerke. Ebenfalls zum Beispiel für eure SSDs. Könnt ihr auch ganz einfach ausbauen, wenn ihr diese Rändelschraube hier löst. Dann hier große Mainboard-Aussparung zum nachträglichen Montieren von CPU-Kühlern. Dann im unteren Bereich hier der 3,5 Zoll Laufwerkskäfig. Da passen zwei 3,5 Zoll Laufwerke problemlos rein. Die sind sogar entkoppelt gelagert und den Käfig könnt ihr ein bisschen versetzen, nach links oder nach rechts. Je nachdem, was für ein großes Netzteil ihr einbaut. Oder ihr könnt ihn, wie angesprochen, auch ganz entnehmen. Dafür müsst ihr einfach nur diese beiden Rändelschrauben hier lösen und schon habt ihr ihn quasi in der Hand. Länger vom Netzteil, wenn der Festplattenkäfig versetzt ist, bis zu 25,8 Zentimeter. Und wenn er ein bisschen weiter nach drüben versetzt wurde, dann so 22,5 Zentimeter. Sollte allerdings für standardmäßige ATX-Netzteile mehr als ausreichen. Ihr habt dann hinten, wie ihr auch schon sehr schön sehen könnt, noch weitere Ösen und Öffnungen auch für das saubere Verlegen oder auch das sichere Verlegen von den Kabeln. Zum Beispiel die AO-Kabel hier sind mit diesen Glättverschlüssen gesichert. Dann seht ihr hier zum Beispiel den 12-Volt-CPU-Stromstecker und auch zwischen Netzteil und Festplattenkäfig oder wahlweise auch im Festplattenkäfig habt ihr natürlich entsprechend noch Platz, wenn ihr nicht so viele Laufwerke einbaut, dass ihr die Kabel da sauber verstauen könnt. Ihr habt dann auf der Rückseite so circa 1,6-1,7 Zentimeter Platz, um die Kabel zu verstauen. Natürlich diese Tiefen hier und so weiter nicht eingerechnet, weil auf der Rückseite gibt es hier noch eine Dämmung drauf. Das sorgt zum einen mal, dass es nicht so arg vibriert, wenn was vibrieren sollte und zum anderen schon das natürlich auch etwas dann eurer Ohren. Ja, das wäre es mal mit der Außenhaut. Wenn euch jetzt etwas noch brennt, interessiert, dann immer her damit und ich würde sagen, wir machen einen kleinen Funktionstest. Zack und schon läuft die Mühle. Die beiden vorinstallierten Lüfter vernimmt ihr im Betrieb eigentlich so gut wie gar nicht. Mit maximaler Drehzahl kann man je nachdem, was für empfindliche Ohren man hat, sie vielleicht ein bisschen hören. Allerdings, wenn man sie dann wieder ein bisschen runterregelt, vernimmt man sie zu keiner Zeit gar nicht mehr. Also beim Purbase 500 die vorinstallierten Gehäuselüfter wirklich schon einmal sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, wenn man euch doch mal den Preis ein bisschen ins Gedächtnis ruft, so irgendwas zwischen 70 und 85 Euro. Da sind die beiden vorinstallierten Lüfter wirklich schon mal eine sehr coole Dreingabe. An dieser Stelle auch noch eine kleine Anmerkung von mir. Wir hatten ja vor einer Woche bereits uns die Shadow Wings 2 in weiß angesehen. Und wo würden sie besser hinpassen als in ein weißes BeQuiet-Gehäuse? Daher hier auch, wenn ihr euch für diese Lüfter interessiert und vielleicht auch für das Gehäuse. Ich verlinke euch mal den Test dazu unten in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr natürlich auch gerne reingucken und auch dort noch Fragen drunter posten. BeQuiet präsentiert mit dem Purbase 500 ein rundum gelungenes Einstiegsgehäuse. Einstiegsgehäuse, das fängt beim Preis von circa knapp unter 70 bis irgendwie sowas Mitte 80 Euro an. Je nachdem, welche Variante ihr da haben möchtet. Sichtfenster oder kein Sichtfenster, dann in Schwarz, Metallic, Grey oder Weiß das Ganze. Es ist sehr kompakt gehalten. Das Design ist schlicht dezent, aber dennoch sehr cool und modern gehalten. Ihr habt die Möglichkeit, sehr viele Komponenten einzubauen. Angefangen bei ausladenden Wasserkühlungen, wenn ihr das machen möchtet. Oder auch Luftkühlungen. Es sind zwar hochwertige Gehäuselüfter vorinstalliert aus der Powings 2 Serie. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Ihr habt im Topcover oben die Möglichkeit, das auszutauschen. Malweise für Silent-Freunde das Ganze gedämmt. Oder wenn ihr sagt, ich brauche mehr Leistung, ich möchte mehr Airflow, dann entsprechend mit einem Mesh-Gitter. Auch das ist im Lieferumfang drin und auch keine Selbstverständlichkeit. Die Front ist innen gedämmt. Auch das Seitenteil ohne Sichtfenster ist innen gedämmt. Ihr habt Staubfilter an allen wichtigen Positionen. Hier an der Front als auch auf der Unterseite, die leicht entnehmbar sind. Der eine Staubfilter, den müsst ihr ein bisschen abschrauben mit zwei Schrauben in der Innenseite. Aber das, ja gut, muss man eben dann mal in Kauf nehmen. Was vielleicht ein kleiner Kritikpunkt in der Innenseite ist. Zwischen dem SSD-Träger und dem Mainboard hätte ich mir ein bisschen mehr Platz gewünscht. Das ist zum Teil ein bisschen fummelig mit besonders dicken Kabel, wie zum Beispiel dem ATX24-Pin-Kabel. Aber das ist nörgelt auf hohem Niveau. Ihr habt viele Kabeldurchführungen, ansonsten für kleine Kabel, USB, RGB, auch für euren 12-Volt-CPU-Stromstecker ist eine Öffnung dabei. Kühler könnt ihr reinbauen, ca. 16 cm in der Höhe. GPUs mit bis zu 36 cm, auch größere Netzteile passen unten rein. Auf der Rückseite habt ihr zudem die Möglichkeit, alle Laufwerksträger mit wenigen Handgriffen zu entfernen und auch wieder zu montieren. Das ist alles sehr durchdacht und sehr gut gelöst und von unserer Seite aus gibt es an dem Gehäuse, wie angesprochen, eigentlich nichts groß auszusetzen. Also, wenn ihr auf der Suche seid nach einem neuen Gehäuse, vielleicht sogar von BeQuiet und in Weiß, dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf das Purbase 500 werfen. Vor allen Dingen, wenn ihr nicht mehr als 100 Euro ausgeben möchtet. Denn mit einem Preis von ca. 80, 85 Euro ist vielleicht sogar noch der ein oder andere Gehäuselüfter extra drin für 100 Euro. Wie ist eure Meinung zum Purbase 500? Ist das was für euch? Gefällt euch das Design? Gefallen euch die Features oder brennt euch noch was unter den Nägeln? Dann schreibt uns das sehr gerne in die Kommentarfunktion. Ja, ich würde sagen, vielen Dank wieder, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Ich bin der Jan, vergesst nicht ein Abo da zu lassen, einen Daumen nach oben und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Test natürlich wieder.